Ich liebe Erfolg. Erfolg tut gut. Erfolg macht Mut. Nichts motiviert erfolgreicher als der Erfolg. Hallo, ich bin Christian Spreter und interessiere mich für alle Möglichkeiten, den Erfolg zu starten, für jedermann greifbar zu machen. Die Frage, die mich am meisten beschäftigt ist, woher soll der Erfolg wissen, dass du Erfolg haben möchtest? Woher soll der Erfolg wissen, welchen Erfolg du haben möchtest? Und woher soll der Erfolg wissen, was, wo, wann, wie und wie viel Erfolg du haben möchtest? Woher soll der Erfolg all das wissen, wenn du es ihm nicht sagst oder noch schlimmer, wenn du es selbst nicht einmal weißt? Das größte Erfolgsgeheimnis lautet, Erfolg wird immer selbst gedacht und selbst gemacht, ob du das glaubst oder nicht. Das ergibt das erste Erfolgsprinzip. Erfolg, klar gedacht, leicht gemacht. Das Bild von deinem Erfolg musst du selbst erstellen. Deinen Erfolgswunsch musst du dir ganz klar vorstellen und möglichst visualisieren, das heißt als Bild darstellen. Das Bild von deinem Erfolgswunsch ergibt dann dein Ziel, dein sogenanntes Erfolgsziel. Stell dir vor, du willst ein Haus bauen und du hast kein Bild, sprich Entwurf oder Bauplan. Wie mag das Haus entstehen? Der Vorteil von einem klaren Bild ist, wer sein Ziel hat, findet den Weg. Mein Bild vom Erfolg ist zum Beispiel meine Vision vom eigenen YouTube-Kanal zum Thema Erfolg starten. Auf diesem Kanal präsentiere ich für alle Erfolgsinteressierten ausführlich meine sechs wichtigsten Erfolgsprinzipien. Zu meiner Person. Ich komme aus dem industriellen Bildungsbereich mit dem Schwerpunkt Projekt- und Prozessmanagement. Habe viele Erfolgsseminare in der Industrie, an Schulen und Volkshochschulen gehalten und bin begeistert von den vielen neuen Möglichkeiten im Online-Marketing. Die Sache mit dem Erfolg hat mich mein Leben lang begleitet. Und ein kleiner Erfolgstipp, den mir mein Meister schon in meiner Feinmechanikerlehre mitgegeben hat, hat mein ganzes Leben bestimmt und mitgestaltet. Und dieser Erfolgstipp lautet, mach immer ein klein bisschen mehr, als von dir verlangt wird. Soviel zu mir und meinem Berufsleben. Aber viele Erfolgsprinzipien, die ich später noch dazugelernt habe, die stehen noch aus und die möchte ich dir auf meinem neuen YouTube-Kanal präsentieren. Und ein wertvolles Geschenk mit meinem Fragenfächer kannst du dort auch mitbekommen. Mach jetzt deinen ersten Schritt zum Erfolg starten. Indem du meinen YouTube-Kanal abonnierst, natürlich kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Dein Vorteil ist lediglich, dass du über jedes neue Video immer informiert bist und du keinen wichtigen Schritt in Richtung zu deinem Erfolgsziel verpasst. Wenn du diese Videoreihe mit deinen Freunden teilst, hast du sofort wichtige Gesprächspartner für einen wertvollen Erfahrungsaustausch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen ersten Schritt. Kanal abonnieren und Videos teilen. Christian Spritter von www.erfolg-starten.de